Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. CF, bist du Sommer- oder Wintertyp? Entgegen deiner Erwartung Sommertyp. Gar kein Match, ich bin ja wirklich Wintertyp. Alles über 25 Grad empfinde ich als eine Belästigung und alles über 28 Grad. Ich finde es eine Frechheit, dass Leute überhaupt draußen sind. Was tut ihr euch da an? Dieser Sommer war eigentlich nach meinem Geschmack, ich habe sehr oft bei Instagram in den Storys so Regen geteilt, weil ich das schon immer so ein bisschen ironisch auch, so nach dem Motto, ja, das ist ja gar kein richtiger Sommer hier. Aber hinter der Kamera CF, da habe ich mich ein bisschen gefreut, dass das hier Regen geplattert hat. Die letzten Tage war es jetzt ja nochmal richtig heiß. Ich glaube, heute am Montag oder spätestens morgen am Dienstag ist der Sommer dann aber auch vorbei. Keine Sorge, die Tage sind ja auch schon wieder kürzer, es wird später hell und früher dunkel. Aber jetzt ist der Sommer nochmal zurückgekommen. Hast du es jetzt nochmal genossen? Bist du jetzt irgendwie nochmal an den See gegangen oder was hast du da gemacht? Also ich bin drin geblieben. Ich glaube, du missverstehst mich ja ein bisschen. Es ist nicht so, dass ich bei 30 Grad rausrenne und sage, ja, ich lasse mich schön bräuen. Ich hasse ja auch schwitzen, wie blöde. Aber ich mag keine Kälte einfach. Es ist einfach, ich muss mich für den Sommer entscheiden. Ja, okay. Also frieren ist jetzt auch nicht gerade mein Hobby. Aber ich würde mich dann doch eher fürs frieren als fürs schwitzen entscheiden. Aber wenn ich jetzt nicht irgendwie groß laufen muss. Du kennst ja, man schwitzt so unglaublich schnell. Man hat so dünne Haare. Die Frisur ist beim Rausgehen schon hinüber. Das Deo ist weg und allem drum und dran. Aber. All dem Drum und Dran. Ja, auch das Parfum. Aber wenn du nicht unbedingt laufen musst, dann ist die Hitze doch, also die Hitze, sagen wir mal, die Sonne, die dich wärmt, ganz schön. Ja, nee. Nein, okay. Gehe ich das mit. Du bist ja auch kein Strandtyp. Ich gehe überhaupt nicht. Ich gehe insofern mit, dass ich sage, Frühling und Herbst sind die besten Jahreszeiten. Wenn es nicht regnet. Das ist auch wieder das Problem. Ah gut, wir kommen ja, irgendwann haben wir mal eine Regenfolge, da können wir darüber sprechen. Heute geht es um Hitze und Kälte und zwar in wirklicher Perfektion. Wir haben das eine Extrem und das andere Extrem erleben wir hier. Ich fühle das beides mit. Es geht um die Folge 359. Die habe ich mir ausgesucht aus dem legendären Löwenzahnjahr 2017. Es wird also noch nostalgisch heute. Die Folge heißt Temperatur Eisschock im Elchwinkel CF. Kanntest du die Folge vorher schon? Nein, ich kannte sie nicht. Sie ist aber eine kleine, ich will nicht sagen eine gute, beste Folge, aber eine kleine Geheimfolge, wenn man mal so ein bisschen die Peter- und Paschulke-Vibes wieder haben möchte, aber das mit Fritz erlebt. Das stimmt, ja. Wirklich von außerhalb ist hier selten etwas zu sehen. Ich habe mir die Folge einfach random ausgesucht aufgrund des Titels, weil es passte irgendwie. Und ich wusste gar nicht, dass es eine Sommerfolge ist eigentlich. Also ich hatte erst, man denkt ja, es ist eigentlich eine Winterfolge, aber nein, es ist eigentlich eine Sommerfolge, nur Herr Paschulke macht es halt bebannt kalt. Und dann fange ich auch mal direkt mit dem Pressetext an, denn ich habe sie mir ausgesucht. Hast du hier schon eine Folge ausgesucht fürs nächste Mal eigentlich? Das erfährst du doch erst am Ende. Ah, schade, okay. Jetzt dreht Herr Paschulke endgültig durch. Nur weil es draußen heiß ist, will er im selbstgebauten Eishaus einen Kälteschlaf halten. Fritz Fuchs versucht ihn dringend davon abzuhalten. Um den Nachbarn zu überzeugen, macht Fritz sich über die Kraft der Körpertemperatur schlau und zeigt ihm, wie wichtig sie für unsere Gesundheit ist. Bevor Herr Paschulke beinahe selbst zu Eis erstarrt, ruft Fritz seinen Hund Keks im letzten Moment zu Hilfe. Genau, es wird nämlich noch richtig gefährlich. Ja, ob er ihn ruft. Ja, der Hund hat natürlich ein richtig gutes Gespür, wenn es Essen gibt. Das ist das Ding. Der Wecker hat am Ende geholfen. Es ist wahnsinnig heiß in Wehrstadt. Fritz und Keks haben mein absolutes Mitleid, kann man nicht sagen. Mit Gefühl. Mit Gefühl, genau. Sie haben mein absolutes Mitgefühl, denn sowas hasse ich natürlich auch. Und es ist ja wirklich wahnsinnig heiß da gerade. Das muss ich schon sagen. Ja, aber Fritz, dann zieh doch entweder Hemd oder Unterhemd aus vom Keks. Weil es ist genau wie bei der Folge, wo es um den See ging. Da war Jasmin und Fritz auch so heiß. Aber die waren auch beide doppelt und dreifach eingepackt. Ja, warum wundert ihr euch? Aber es wird hier sehr mit warmen Farben gespielt. Also wir haben nicht nur fast in jeder Szene Landsflare, also ein Sonnenstrahl im Bild, sondern überall auch warme Farben und so ein bisschen Nebel, so ein bisschen Schwüle, die es zeigen soll. Also kameratechnisch, aufarbeitungstechnisch top 10 Punkte auf jeden Fall jetzt schon mal. Das ist gut rübergebracht. Was nicht so gut rübergebracht ist, diese Palmwedel. Also das ist ja nun wirklich mehr Arbeit, als das es bringt, oder? Ja, das denke ich mir oft, so auch bei Fächern und so weiter. Da haben sie noch einen Kaktus aufgebaut und wenn man noch so ein bisschen Wüsten-Vibes bekommt, er schwitzt auch ordentlich. Keks geht es gar nicht gut. Keks hat eine Wunde, die wir aber nicht sehen. Wir hören nur davon, wir sehen sie nur verbunden. Die brauchen wir ja später tatsächlich noch. Also es geht hier wirklich, was das Lernen angeht, richtig zur Sache. Und es ist einfach unglaublich heiß. Er hält ja später nochmal sein Thermometer raus. 42 Grad. Also du, ich habe ja eben vorhin gesagt, ab 25 empfinde ich es als Belästigung. 240 Grad, Seth. Wir sprechen von 30 Grad im Schatten. Ja, auch da sage ich natürlich, ey, ich verlasse doch das Haus nicht. Hast du mal, ich weiß, du bist kein Sommertyp, aber als Kind darfst du dir ja auch häufig nicht aussuchen, wo Urlaube verbracht werden. Ah, naja, das ist gar nicht so lange her. Also aufgrund einer Beziehung, die schon nicht mehr existiert, aufgrund dessen nämlich, musste ich 2019 in Piran sein. Das ist Süden, kann ich dir sagen. Und da war es auch super, super heiß. Dann waren wir eine Woche. Und ja, also es ist okay, man gewöhnt sich irgendwann dran. Wichtig ist, dass das Hotelzimmer eine Klimaanlage hat. Wenn du so einen Rückzugsort hast, dass du quasi gekühlt rausgehst, dann hast du so die ersten, das habe ich hier auch immer, die Wohnung hier ist auch relativ kalt. Und wenn ich dann in die Hitze gehe, dann habe ich so die erste halbe Stunde noch so eine Art Kältemantel. Dann merke ich, ja draußen ist es heiß, stimmt ja. Und dann fühle ich so meine Haut, ich bin aber noch kalt. Das geht. Da kann man sich das so ein bisschen schön machen. Ich brauche noch ein paar Jahre, bis ich das verstanden habe, denn mein letzter Urlaub, ja okay, Japan-Urlaub, aber das letzte Sommerurlaub war ja drei Tage in Malaga, Spanien. Nicht, weil ich Spanien mag, sondern weil ich jemanden besuchen wollte. Und das sollte auch eine günstige Unterkunft sein. Und heute denke ich mir, ein Zehner die Nacht für eine Klimaanlage, das hättest getan. Ja, das muss sein. Also wenn du dann wirklich mit Ventilator einschläfst, die ja laut sind und die Luft, die dir die ganze Zeit gegenkommt, so toll ist ja auch nicht. Und ich hatte so einen kleinen USB-Ventilator, das ist ja viel besser als so ein Fächer mittlerweile. Also so eine Mini-Powerbank, einen USB-Ventilator und dann bist du ja ausgesorgt. Und dann habe ich im Schlaf genutzt, damit ich irgendwie einschlafe. Ich bin allerdings beim Rumdrehen, ich drehe mich sehr häufig die Nacht, auf diesen Ventilator gekommen. Der konnte sich nicht mehr drehen, ist unglaublich heiß geworden und hat mir die Haut verbrannt. Und das ist die nächsten Tage bei einer Luftfeuchtigkeit von gefühlt 800 Prozent auch nicht schön, damit weiterzuleben. So im eigenen Schweiß aufwachen ist auch super. Das will man gar nicht haben. Also das ist für mich auch echt ein Problem. Ja, ich kann nur in kalten Wohnungen wohnen. Ich habe es ja mal probiert. Es funktioniert, ich bin dafür nicht gemacht. Ich glaube, das mag keiner so richtig, aber manche Leute stört das halt weniger als andere. Hast du denn einen Ventilator? Nicht mehr, brauche ich nicht mehr. In der Wohnung brauche ich tatsächlich keinen mehr. Ich hatte aber sonst immer einen und ich hasse auch Leute, die mir dann so klugscheißerisch sagen wollen, die keinen haben, aber dann sagen wollen, ja, der bringt ja auch nichts, der wirbelt ja nur die Luft auf. Wo ich denke, ja, es ist trotzdem ein erfrischender Effekt. Natürlich, jetzt ist es keine Klimaanlage. Ja, aber es ist trotzdem schöner mit als ohne. Und die wollen, da kenne ich so einen Kollegen, du weißt genau, wer, der hört diesen Podcast zum Glück nicht. Also spätestens jetzt wäre er auch kein guter Kollege mehr von mir. Also der will mir das immer, der will richtig so, als wenn ich irgendwie gar keine Ahnung, als wenn ich intellektuell richtige Defizite hätte, ja, dass ich überhaupt einen Ventilator aufstelle. Er selbst hat keinen, sitzt dann da in seiner hohen Wohnung und schwitzt und sagt auch immer, was ganz schön heiß hier, will aber auch keinen Ventilator, weil er ja genau weiß, das bringt nichts. Das ist aber falsch. Also ich war auch einer von denen, die das sagten, aber es ist mir mittlerweile egal. Ich möchte einfach nur, dass man mir keinen aufprumpt. Man sagt mir das jeden Sommer, du brauchst doch einen Ventilator. Ja, immer wenn Besuch da ist, spätestens Mutti sagt, du musst doch, einen Ventilator, komm, ich kaufe den Ventilator. Mutti, nein, nein, ich will sowas in meiner Wohnung nicht haben, weil ich benutze den effektiv drei Tage im gesamten Jahr und 362 Tage weiß ich nicht wohin damit. Na klar, den kannst du in den Keller stellen. Nein, da ist kein Platz. Aber diese drei Tage, ja, das ist also ein Genuss. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich bin eher Kritiker von denen, die sich jetzt für 60 Euro so eine Mini-Klimaanlage kaufen, die so ein Portal ist, also Portable ist und das ist ja ein totaler Quatsch, weil das Ding erzeugt ja wirklich mehr Wärme als Kühle. Ich hatte ja mal in meiner alten Wohnung hatte ich so eine 300 Euro Klimaanlage, die man mit so einem Schlauch dann so raushält und das war super. Also das ist wirklich gut, weil die so einen Raum wirklich abkühlt und auch so nicht so wie Verschulker, aber schon, also da kommt richtig kühlschrankartige Luft raus und das fand ich gut. Aber sobald du den ausmachst, ist auch alles vorbei im Prinzip. Also Leute, was ist denn los mit euch? Ich kaufe die ja auch nicht, damit ich sie ausmache selbst, sondern damit ich sie anhabe. Ja, natürlich ist dann doch der Effekt weg. Ja, wenn du das Auto ausschaltest, dann stehst du auch. Ja, deswegen fahre ich kein Auto mehr. Was ist denn los mit euch? Also da draußen, ich brauche wieder ein bisschen mehr Feedback. Zur letzten Folge mit denen gab es wahnsinnig wenig Feedback. Jetzt brauchen wir ein paar Meinungen. Pro Ventilator oder ohne. Wenn ist immer wichtig, dass da eingeschaltet ist. Ja, das ist klar. Und jetzt haue ich noch einen drauf. Ich hasse auch die Luft von Klimaanlagen. Ich mag das überhaupt nicht. In Japan gibt es ja gar keine Wohnung ohne Klimaanlage. Und wenn du darauf angewiesen bist, die anzumachen, das ist auch sehr unangenehm. Schlimmste war im 42. Stock, in dem du kein Fenster öffnen kannst und nur von der Luft der Klimaanlage lebst. Das war schon so trocken während dem Schlafen. Das ist auch in Großraumbüros immer ein Problem. Stimmt, stimmt. Da ist es genauso. Der eine verträgt das nicht, dem anderen sieht es. Und das ist eigentlich nicht zu lösen. Wollen wir mit der Löwenzahn-Folge abbrechen? Weil das ist ja im Prinzip kann man uns ja auch so... Ja, sogar so wollen wir weitermachen, weil das Thema ist jetzt... Nee, wollen wir abbrechen? Wir müssen jetzt hier noch ein Battle ausführen. Also die Folge war ganz gut. Ein bisschen unrealistisch. Ja, lass direkt Bewertung machen. Ich habe noch ein paar Klimaanlagen-Stories. Fritz Fuchs versucht jetzt für Keks und sich eine kleine sogenannte frische Brise herbeizuführen mit Eiswürfeln und so ein bisschen Dingen. Und dann kommen wir auch direkt in den ersten Lerneffekt, denn es geht jetzt darum, wieso schwitzen wir überhaupt? Wie viel Temperatur hat denn der Körper? Wir haben immer 36 Grad plus minus und der Körper hält das so in Schach. Das finde ich ganz gut. Ich finde es auch sehr gut, warum wir zittern und blaue Lippen bekommen. Ist jetzt etwas, was ich mir beim Einspieler vorher nicht gefragt habe, jetzt doch froh bin zu wissen. Also dafür wieder ein großer Punkt. Und das ist dann jetzt auch schon erst mal der kleine Einspieler. Also es wird noch so ein bisschen eingestreut. Temperatur decken wir, glaube ich, komplett ab in dieser Folge. Immer mit Mini-Einspielern. Du, Lerneffekt wird hier auf jeden Fall in Ordnung sein. Und ja, was wir jetzt als nächstes sehen, hätte man nicht so erwartet. Denn jetzt kommt eine Lieferung, also es kommen sehr viele Männer, ich blende euch mal endlich mal wieder ein Bild auf YouTube ein. Da seht ihr wie hier so fünf Herren, die irgendwie auch eben so in der Metzgerei arbeiten könnten, da mit so großen Eisblocken plötzlich auf Fritz Fuchs Grundstück kommen, wo man einfach drauf gehen kann. Sie wollen aber gar nicht zu ihm, denn der Nachbar Paschulke, es ist eine richtig schöne endlich mal wieder Paschulke-Folge, der hat natürlich ganz große Probleme mit dieser Hitze und hat sich jetzt was überlegt und lässt sich ganz viele Eisblöcke kommen, die ihm auch lieb und teuer sind. Denn wenn einer zu Bruch geht, das ist schade drum. Also diese Firma, die nur mit Wasser handelt, muss ja unglaublich gut verdienen. Das ist ein Saisongeschäft. Ja genau, erstens ist es nur ein Saisongeschäft und zweitens, anstatt dass sie einfach einen über so einen Wagen fünf Blöcke ziehen lassen, kommen fünf Männer, die einen Block tragen vorbei und sagen Und singen da Hey ho, hey ho. Genau, das habe ich noch im Prinzip, darauf habe ich noch gewartet. Denn Paschulke hat sich 25 Kilo Eisblöcke bestellt und baut sich jetzt ein Bett im Freien ohne Schirm sonst irgendwas. Diese Blöcke sind in zwei Minuten weg bei 42 Grad. Paschulke, geh doch in deinen Keller, mach das doch dort. Eben, zu den Aprikosen, los. Da ist doch kühl. Fritz möchte sich gerne etwas davon borgen. Ja, das kann er aber vergessen, weil Paschulke da nichts rausrückt. Und Fritz würde es ja für einen guten Zweck für Keks machen. Dann ist er für Paschulke erst recht. Ja, jetzt erst recht. Nicht für den Hund. Was soll denn das? Aber ein Block geht ja und das kennt man ja, wenn so fünf Kilo Eis runterfallen. Das zersplittet ja komplett. Ach so, nee, es würde normalerweise einfach nur auf die Erde knallen. Naja, hier ist das Splitt jetzt auf jeden Fall und das darf Fritz dann gerne haben. Ein kleines Geschenk von unserem Eisverkäufer und da gehen wir zu Keks. Aber Keks geht es irgendwie nicht so gut. Er hat ja auch ein Aua an der Pfote und das bringt uns doch jetzt, ich glaube, deswegen gibt es nur diesen Verband, um jetzt auch den Einspieler zu Fieber zu zeigen. Ja, dem geht es ja auch nicht so gut, weil Paschulke ihn mit Eis überschüttet. Das soll man vielleicht auch kurz sagen. Also Keks hat sich auf Paschulkes Bett gelegt, auf das Eisbett, das fand er gar nicht gut und dann hat er ihn quasi mit dem Eis eins drübergezogen. Tierhasser. Absoluter Tierhasser. Es ist ja nur der Hund und da wird sich dann offensichtlich vielleicht etwas entzündet haben. Ihm geht es nicht so gut, denn eigentlich ist er ja ein robuster Hund, aber jetzt geht es eben genau darum, jetzt geht es quasi um die, also wie ging das noch? Oh, es ist schön, das Leben, es ist schön, so wunderschön, das Leben, spürst du es in dir? Ja, frag ruhig. Kennst du, es war einmal das Leben? Spür, wie es passiert. Ja, kenne ich noch. Ich glaube, das ist der Schulfilmeinspieler auch, oder? Mit den roten und weißen Blutkörperchen. Ja, da gab es auch Bücher zu und das war ganz, ganz toll. Und jetzt müsst ihr da draußen das Schwarm wissen, es gab, glaube ich, noch so einen ähnlichen Ableger, nur für Computer, mit Lexi, dem Computergeist. Ein frecher, kleiner Computergeist, der Lexi heißt, wisst ihr noch, wie diese Serie heißt, würde ich auch gerne mal wieder sehen. Also es gab auf vielen Themen, gab es so viele kleine Männchen, die irgendwas erklärt haben, aber klar, der Körper, der wie eine Fabrik funktioniert, das ist legendär. Ja, also, spätestens wenn, also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wenn im Chemie, Biologie oder Physik unterrichten ein Wagen mit so einem Fernseher drin kam, dann war die Chance so bei 70, 80 Prozent, dass das jetzt gezeigt wird. Das war immer so. Also den Film kennt jeder, jeder. Ja, der Medienwagen. Der war auch gerne auf dem Video. Oh mein Gott, der Medienwagen. Du holst Begriffe raus, die kann es gar nicht mehr geben. Den musst du jetzt holen. Wir haben hier nur ein Overhead-Projektor, damit können wir nichts anfangen. Wir wollen ein Video gucken. Es gibt doch mittlerweile überall Smartboards. Den Medienwagen, den gibt es doch jetzt überhaupt nicht mehr, oder? Wäre interessant. Auch hier sind wir auf eure Schwarmintelligenz angewiesen. Wann wurde der letzte Medienwagen aus dem Raum geholt und zurückgebracht? Und gibt es dafür noch die Fluraufsicht und die Verantwortlichen, die den holen müssen? Weil das ist ja, das ist ja eine Ehrenaufgabe, den zu holen. Ja, ja. Ja, zurück zu Keks. Der kriegt jetzt einen neuen Verband und den wird es wahrscheinlich gleich wieder besser gehen. Inzwischen sehen wir endlich mal so ein bisschen, was Paschulke hier vorhat. Denn, also jetzt wird es, jetzt ab, bis hier war die Folge ganz gut. Jetzt geht es abwärts. Jetzt geht es abwärts, genau. Also bis hier war nicht das ganz niedlich, weil man konnte so mitschwitzen und so. Und das ist ja auch ganz süß, dass Paschulke sich so Eisblöcke kommen lässt. Aber jetzt wird es langsam absurd, denn er hat sich quasi einen eigenen Iglu gebaut. Er hat sich nicht nur einen Thron aus diesen Plastikeisblöcken, naja, gebaut, sondern er hat sein Gewächshaus umgebaut. Also ist das ein Labor, ein Experiment oder ist das wirklich einfach, soll das wirklich sein Tod sein? er will da morden. Ja, ich glaube, er will da wirklich morden. Er ist Walter White und Dexter in einer Person. Stimmt. Hier ist alles möglich, was hier drin passiert, sollte besser hier drin bleiben. Drehtechnisch muss ich die Requisite hier gefreut haben, als gäbe es kein Morgen mehr. Das ist ja ein Aufbau, der muss ja wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Wie viel Liebe und Detail in dieser Requisite steckt, das findet man sonst nur noch sehr selten. Aber, also Fritz fragt zu Recht, sag mal, bist du dir sicher damit? Und Paschulke sagt, hatte ich jemals schlechte Ideen. Jetzt fehlt uns natürlich so ein bisschen Wissen aus vorherigen Fritz-Fuchs-Folgen, was hier schon wieder für eine Rückblende kommt. Toll, ne? Ja. Da ist noch viel zu holen, glaube ich. Da ist noch einiges zu holen, Paschulke mit unterschiedlichsten Kostümen. Und das hier, was wir hier sehen, wie er da in seinem Eishaus ist, das bietet sich natürlich auch an für eine spätere Rückblende. Ja, ich meine, das ist natürlich auch schon wieder sensationell. Das setzt sich, da ist ja noch die Krone auf. Und er erklärt ihm ja auch, und ich finde da, weißt du noch, kennst du noch die Folge mit Archie, wo man immer gesagt hat, ja, also mein Archie hier, mein Archie da. Und Paschulke sagt, hier, ich habe mir was aus meinem Internet ausgedruckt. Das sagt er später auch nochmal. Aus seinem Internet. Jetzt ist es natürlich, die Theorie da, ist er da irgendwie auf Seiten, ja, die sonst nicht so richtig besucht werden, auf irgendwelchen Seiten von Leuten, die ein bisschen abgedreht sind. Deswegen sagt er, in meinem Internet steht das so, oder ist das eine Anspielung, dass Fritz Fuchs sich immer bei ihm ein bisschen WLAN zapft? Oh, so weit ging ich nicht. Ja, also vielleicht gibt es da ja auch irgendwie Folgen, wo Fritz Fuchs sich immer so einloggt. Er sagt, ja, in meinem Internet, kann er auch sein. Ja gut, aber wenn er so schlau ist und seine Ergebnisse darauf beruht, dass er einen Kälteschlaf halten kann, dann glaube ich nicht, dass er so schlau ist, an seinen Router zu gucken, mal Fritz rauszuhauen. Ja, klar, natürlich, ja. Das ist ein bisschen komisch, ja. Ja, er will sich da tatsächlich konservieren, kann man sagen. Also er möchte sich da einfrieren lassen. Jetzt kommen wir nämlich darüber, auch auf das Thema Endlos Haltbar. Er möchte gerne jetzt alles darüber wissen und wir als Zuschauer auch, was kann man einfrieren, was überlebt, was nicht. Ja, und das, also ist ja ein umstrittenes Thema, möchte ich mal sagen. Ja. Das einfrieren nicht, das wieder auftauen, ist das überschrittenes Thema. Ja, gut, gut. Also es ist tatsächlich so, dass es aktuell, ich glaube, so 500 bis 1000 Menschen gibt, die eingefroren sind. Teilweise komplett, teilweise nur der Kopf. Es ist total kritisch und die haben sich halt alle einfrieren lassen in der Hoffnung, dass die Technik irgendwann soweit ist, dass man sie wieder auftauen kann. Ja, das ist diese sogenannte Krionik. Ja, aber wer macht das denn? Also wer ist denn dann der, wo gehe ich denn hin? Wer erfriert mich denn ein? Das machst du in den USA oder in Russland. Also, warte mal, wie hieß denn dieser erste Mensch? Es gibt gerade aktuell freiwillig eingefrorene Leute? Ja. Ja, und wie funktioniert, also der letzte Moment vor dem Tod, werden die dann vorher noch betäubt oder? Die werden künstlich am Leben gehalten und also im Prinzip, nein, also im Prinzip sind sie tot, aber sie, also die, die Atmung und der Herzrhythmus, der wird künstlich am Leben gehalten, während dem Schock frieren. Ah, okay, alles klar, ja. Und ja, also es ist wohl gelungen, schon mehrere Organe einzeln wieder aufzutauen, aber in ganzen Menschen bisher halt noch nicht. Ja, also das hat ja auch für das Gehirn. So, ich will mal kurz den ersten Mensch tiefgefroren, der, ich weiß den Namen gerade nicht, also Mensch, tiefgefroren, so, genau, James Bedford, der ist das, der ist immer noch eingefroren, so wenn ich das richtig im Kopf habe, der hat sich vor über 50 Jahren einfrieren lassen, der war, der hatte, der hatte Krebsdialyse und der war im Prinzip schon kurz vorm Lebensende und hat dann gesagt, pass auf, haltet mich irgendwie künstlich am Leben, eigentlich bin ich ja schon tot, das ist wie so, wie bei dem Organentnahme, da wirst du ja auch so künstlich hochgehalten und der ist jetzt eingefroren und man hofft irgendwann und die Technik ist noch nicht so weit, dass man ihn dann auftauchen kann. Die sind also in irgendeinem großen Kälteschlaflabor, sind da 500 bis 1000 Menschen oder halt nur deren Köpfe, die warten, dass sie konserviert perfekt wieder rauskommen. Ekelhaft, oder? Ja. Also, das kann man nicht anders sagen. Habe ich jetzt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass du googeln, da bin ich ganz überrascht. Ich bin auch froh, dass das hier in der Folge tatsächlich nicht auftritt, weil das wäre ein Downer gewesen. Ja. Gut, aber schon kriegt er nachher zu Gesicht, ja, aufgrund der Rose, dass er sich besser doch nicht einfrieren lassen sollte. Stattdessen kriegen wir wieder mal Tiere zu sehen, ne, es geht um das Thema Winterschlaf. Winterschlaf. Aber auch stark hier. den Film finde ich auch super und hätte es bemängelt, wenn es fehlt. Ob ich es jetzt anhand des Feuersalamanders brauche, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es ja das perfekte Beispiel. Vielleicht. Keine Ahnung. Ja, und dann kommen wir auch langsam zum spannungsgeladenen Finale im Grunde genommen, ne, denn jetzt kommen wir da nicht mehr raus. Also, lieber Julian. Aber das Kamerateam ist ja auch mit drin. Das ist dein Realismus, ja. Das hat mich damals immer bei den Autohändlern Jörg und Raga angestört. Wenn die irgendwo eingesperrt waren und das Kamerateam war auch mit eingesperrt. Oder andersrum, sie kamen nicht in ein Haus rein und von drinnen sahen, wie sahen wir, wie sie draußen reinklopften und so. Oder, als der Praktikant, Mischa, Mischa, du Stricher, komm mal her. Als der dann, als sie ihn gefoppt haben und dann sollte er oben auf so einem Wohnwagen was gucken und dann ging er, Mischa, der Stricher ging dann hoch und dann haben sie die Leiter weggenommen und dann war er natürlich oben alleine, aber die Kamerateam war auch mit oben. Und da habe ich gedacht, was stimmt hier nicht mit dem Reality TV? Mit dem Reality TV stimmt was nicht. Wir sagen Hallo und alle sind mit einem Mikrofon ausgestattet. Wie kann das denn sein? Ja, als diese Scripted Realities aufkam, ich denke mal so 2010 oder 2011, um den Dreh, vielleicht ein bisschen früher, wie dachte ich das früher? 8, 7, 8? Ich weiß noch, dass irgendwann habe ich mal Verdachtsfälle lief. Und da dachte ich, das ist ja sensationell, dass genau jetzt hier diese Tat passiert, wo war das Kamerateam dabei. Und da dachte ich, das könnte ich doch so nicht zeigen, dass dann jetzt die Frau verdächtigt wird, gerade da ihren Mann da. Und das weiß ich, das war Verdachtsfälle. Der süße, kleine, naive Julian. Ja, wirklich. Naja, gut, egal. Gut, wir haben ein bisschen übersprungen, natürlich zeigen wir auch Pflanzen, wie sie im Winter überleben und auch das finde ich sehr interessant, weil ich mich als wirklich jemand, der nicht nur keinen grünen Daumen, sondern schon eher in einer anderen Farbe wechselnden Daumen hat, gar nicht weiß, warum manche Pflanzen wiederkommen, warum manche nicht. Ja, sie konservieren sich mehr oder minder, sie entwickeln Zucker, wenn ich das richtig verstanden habe und dadurch können sie wiederkommen, weil sie quasi ihre Moleküle das so können. So, ich möchte das nicht weiter erklären. Und jetzt, jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Die Tür geht zu und diese Tür, wir sehen das Schloss, das reinfällt. Wir sehen, wie an der Tür gerüttelt wird. Ich möchte behaupten, man muss sehr vorsichtig rütteln, damit die nicht sofort wieder aufbricht. Das war damals auch so, die Urzeiten von guten Zeiten, schlechten Zeiten, die ersten Jahre, die waren in so pappigen Studios, wenn die da mit etwas mehr Kraft die Tür zugehauen haben, weil sie sich mal wieder gestritten haben, sind die ganzen Wände gewackelt. Das ist geil, das finde ich schön. Ja, das ist so. Also hier muss man jetzt ein bisschen mit eintauchen in die Geschichte. Sie kommen jetzt nicht mehr raus, was Herr Paschulke gar nicht so sehr stört eigentlich. Er möchte sich jetzt ja sowieso. Wie hat er das noch genannt? Was wollte er noch für ein Bad nehmen? Ein Kältebad? Irgendwie so, ja. Und er wollte jetzt quasi da, also ich meine offensichtlich, ja, ihm geht es ja immer schlechter. Er kann ja, wie er sagt, er freut sich ja darüber, dass seine Fingerkuppen schon eingefroren sind. Er kann sich kaum noch bewegen und liegt da. schon im Sterben sozusagen. Das ist wirklich ganz unangenehm zu sehen aus heutiger Sicht, wirklich sehr unangenehm zu sehen. Aber es gibt ein Problem, der Wecker, der funktioniert nicht, der soll ihn nämlich wecken, der ist mit der Außentemperatur gekoppelt. Okay, also okay. Manchmal hat er irgendwo technisches Verständnis, wo man sich denkt, warum nicht in anderen Gebieten? Und Fritz soll den reparieren. Oh Wunder, die Batterien waren falsch eingesetzt. Und wir können ihn zurückgeben. Währenddessen noch einen kleinen Einspieler, Julian. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Dann haben wir alles durch. Genau, jetzt geht es nämlich um Leute, die in ganz kalten Temperaturen leben. Und da gucken wir dann, wie das da funktioniert. Ob die sich denn da jetzt einfach anpassen oder ob die sich vielleicht auch warm halten. Besonders die wichtigsten Stellen, die besonders schnell kalt werden. Und wir gehen auch noch weiter. Wir gucken uns das Eisbad an und die Sauna an. Und wir gehen jetzt so richtig so in Temperaturen, Tiefen, die man auch manchmal vielleicht wirklich noch nie selber erlebt hat. Deine Meinung zu Sauna und Eisbad? Ich glaube, das ist beides nichts für mich. Sauna habe ich zweimal gemacht. Ich finde es sehr, sehr unangenehm, dass man da nackt ist. Sehr unangenehm. Das ist nichts für mich. Und Eisbad habe ich noch nie gemacht. Denke ich, denke, das ist gar nichts für mich. Das ist noch weniger was für mich. Ja, okay, Eisbad bin ich komplett raus. Ich bin ja Wärmemensch, wie wir erfahren haben. Und ich dusche auch warm. Und ich habe auch heute warm geduscht. Es tut mir leid. Ich weiß, dass wir aktuell während der Aufnahme 30 Grad draußen haben. Ja, aber eiskalt duschen ist trotzdem, ne? Ja, kann ich nicht. Ich weiß, dass es sehr gesund sein soll. Das soll den Stoffwechsel auch sehr stark anregen. Vielleicht habe ich deshalb so ein Bäuchlein. Ich weiß es nicht. Ich mache gerne am Ende nochmal so einen kalten Schuss, bevor ich dann rausgehe. Ja, okay, verstehe. Also, wo du mit dem Moment wirklich mit voller Konzentration auf Millisekunde den Wasserhahn runterdrückst, wenn du merkst, wenn dein Gefühl sagt, jetzt nicht mehr. Ganz unangenehm sind ja wirklich, und das kennt man auch aus Hotels, wenn du die Temperatur nicht richtig kontrollieren kannst. Wie unangenehm. Du stehst mehr an der Seite in Duschen als unter dem Wasser. Das ist so läufig. Und ja, Sauna ist schon schön, aber ich finde, es bringt irgendwie nichts. Ich kriege nur Kopfschmerzen davon. Also, ich habe da noch nie einen Effekt von bemerkt. Aber da gibt es jetzt auch, da kriegen wir jetzt Nachrichten ohne Ende. Da kommen jetzt Leute, die uns da auch wieder abschätzig angucken und sagen, dass du mal den Hass da draußen siehst. das ist so, wenn Leute von etwas überzeugt sind oder das auch gerne leben und auch den Effekt spüren und wissen, dass es gut ist, dann kommt es sehr stark auf den Persönlichkeitstypen an, ob das noch ein sympathisches Gespräch wird oder nicht. Wo wir uns aber alle einig sind, ist, dass ein Aufguss mit Stickstoff gar keinen Sinn macht. Nie, genau. Das möchte Paschulke jetzt gerne machen. Da kommt jetzt aber die Rose aus Die Schöne, das Biest zum Vorschein. Stickstoff ist ja wahnsinnig kalt. Wie kalt war es noch? Minus 190? Also 196, minus 200, grob gesagt. Genau. Die wird jetzt quasi direkt schockgefrostet und das ist doch auch so bei den, ich meine, dich als Dom und Jahrmarktfreund kann ich dir das fragen. Hier Dr. Dr. Ice Frozen, wie heißt das noch? Die Ice Pops und die Frozen Joghurts und alles. Das ist dasselbe, ne? Ja. Und ich isst man ja auch mal, ich habe es auch schon ein paar Mal probiert, es ist ja im Prinzip, man isst das ja nicht, weil es so lecker ist oder weil es so ein geiles erlebt ist, es ist irgendwie auch unangenehm. Ja, es tut auch in den Zähnen weh einfach und du verkaufst Puffreis für 20 Cent für 5 Euro am Ende. Ja, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung dafür. Stickstoff wird aber so viel genutzt für so viele Experimente, es ist aber auch wahnsinnig gefährlich eigentlich. Ja, gut. Gut, warum es gefährlich ist, sehen wir ja auch, die Blume zerbricht ja auf dem, hm, Filmfehler, Fliesenboden. Julian, war das nicht ein Gewächshaus? Ein Fliesenboden? Ja, stimmt, ja. Ich weiß nicht. Wir müssen das, wir müssen jetzt die nächsten Folgen mal angucken und in das Gewächshaus nochmal vorkommt. Ja, und da ist ein Fliesenboden. Das Einzige, was passieren wird, dass das Gewächshaus jede Folge woanders steht und zwar ohne Boden. Puffreis ist auf jeden Fall klar, sein Plan geht nicht auf, aber plötzlich kriegt er es dann auch direkt mit der Panik zu tun, denn das, dass er jetzt nicht mehr rauskommt, dass vielleicht Fritz da vorher nicht mehr rausgekommen war, das war ihm egal, ja, aber der wollte sich ja einfrieren lassen. Und jetzt denkt er, ach so, ach so, das ist gefährlich, ach so, ich werde sterben, ach so, ja gut, die Schmerzen von meinen Händen und alles, das war mir egal, aber die Blume, ach, das hat mich jetzt überzeugt. Ich würde mal sagen, also Paschulke wäre ja auch, er hat das System ja auch gebaut, er wüsste doch eigentlich binnen Sekunden, wie er da wieder rauskäme eigentlich. Wollte man meinen. Problem ist, dass jetzt keiner mehr rauskommt, aber das Gute ist ja, dass Keks Hunger hat und er weiß ganz genau, wenn das Essen zu spät kommt, seien es auch nur zehn Minuten, dann muss er sich auf den Weg machen und er rettet einer Heldenaktion die beiden aus dem Gewächshaus. Ja, auf Kekses Verlass filmistisch unfassbar schön gemacht, wie sie auch rauskommen, wie sie aussehen, Maske, Kamera, also Goldarbeit, muss man wirklich sagen, so was Schönes. Hätte ich das als Kind, das ist ja jetzt, 2017 waren bei mir schon andere Zeiten, aber hätte ich das als Kind gesehen, diese Farbverläufe allein und allem drum und dran, am Sonntagmorgen, das ist ein Traum, ich würde mich heute so gern daran zurückerinnern. Ja, also da kann man wirklich nur Respekt sagen, das ist wunderschön gemacht. Keks bekommt die Belohnung dafür, darf an einem Bratwursteis schlabbern? Wursteis einfach nur. Genau, Wursteis und Paschulke bringt, weil Keks hat ja auch ihm das Leben gerettet, bringt ihm dann Eisblöcke mit dem Satz, ja, muss ja nicht leben wie ein Hund. Sehr gut. Das fand ich sehr schön. Verschulke hat es hier gut rausgekommen. Ich bin auch wirklich erstaunt, wie viele Bademäntel Verschulke hat, also da muss einiges am Lager existieren. Aber farbenfroh, ne? Siehst du hier das Bild, ich blende euch das jetzt auch gerne ein, wie er da steht mit den Sonnenschirmen hinter dem Verschulke. Mit dem RTL-Logo, ja. Genau, richtig, genau. Aber RTL ist ja inzwischen in sämtlichen Farben vertreten. Aber das ist irgendwie auch so von der Farbkomposition sehr schön geworden. Ja, in allen Punkten. Also diese Folge hat optisch wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Also nicht nur von der Kamera her, auch wie du schon sagst, von der Dekoration und den Requisiten. Es ist tatsächlich, es ist eine stimmungsvolle Folge geworden. Ja, und ich liebe das. Ich liebe warme Farben. Ich mag es, wenn die Folge klein und heimelig ist. Also hier in dem Fall Fritz und Paschulke. Ja, stimmt, stimmt. Das ist großartig. Aber, ja, schauen wir mal. Denn wir sind ja jetzt auch schon am Ende. Ein Funfact, müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen. Wann möchte denn der Herr Liebe Paschulke aufgeweckt werden? Im September, denn da hat Suse Miel Geburtstag. Ah, ja, und dann bekommen wir ein Foto noch von ihr zu sehen. Dass sie sich durchträgt seit Peter-Zeiten ist großartig. Ja. Das ist die ewige und einzige Liebe Paschulkes seit Peter-Folgen. Wir haben noch gar keine Fritz-Fuchs-Folge mit Frau Suse Miel gesehen, ne? Nur über Einspieler. In der Schokoladen-Folge schwärmte er ja auch schon für sie, aber sie war nicht vertreten. Also wir müssen mal gucken, wann sie denn wirklich mal auftaucht. Ja. Das ist toll, dass sie schon so lange dabei ist und ja auch aus einer unserer Lieblingsfolgen entspringt. Und das ist schon cool gemacht, ja. Eigentlich die Lieblingsfolge. Die Ess- und Fressgeschichte bleibt die Lieblingsfolge. Das ist mir egal, was die Bewertung sagt, die wir jetzt natürlich auch wieder bekommen. Und ich glaube, das Erste können wir ganz, 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 ganz schnell abhandeln. Oder was sagst du dazu? Ja, bitte. Okay. Lerneffekt. Szenen. Ja, absolut Szenen. Ich fand es auch spannend. Also das ist wieder ein Thema, das mich persönlich auch interessiert hat. Aus Temperatur alles rausgeholt und das in meiner liebsten Form in zwei, drei Minuten Einspieler, die so sachlich und einfach erklärt sind, dass selbst ich sage, okay, es war jetzt für ein Kind erklärt, aber ich wusste es halt auch nicht. Ja, ja. Gut gemacht. Okay. Realismus. Ja, das ist jetzt nichts. Sorry. Also klar, es könnte alles so passieren, aber dass er das da aufbaut, diese großen Eisblöcke, dass er sein Gewächshaus umbaut, zu einem Eishaus, dass er da nicht mehr rauskommt, dass er sich einfrieren lassen will. Da muss ich jetzt wirklich doch mal streng sein, auch wenn hier keine sprechenden Tiere vorkommen. Ich gebe jetzt hier leider, leider nur eine Drei. Oh, ich habe eine Vier. Du bist sogar strenger als ich. Ja, wir gehen nicht raus, wir haben keinen Ortswechsel, gar nichts, aber einfach in vielen Punkten, ab Minute zehn springt einfach alles von der Zehn runter. Ja, ein bisschen schade, weil das ist schon so, ab dem Moment, wo dieser Aberwitz, bis dahin war das eigentlich eine ganz geckige Geschichte, auch dass er sich so ein Eisbett baut und so und dieses Thema Hitze hätte man vielleicht, also, ja, also ab daher ist es leider ein bisschen, hat es uns ein bisschen verloren, muss ich auch sagen. Aber wenn der Realismus leidet, dann wächst dadurch meist immer etwas anderes. Unterhaltung. Verurteilt mich nicht, aber es ist nur eine Acht. Ja, ich habe eine Sieben aufgeschrieben, ich gehe auch auf eine Acht, weil jetzt, wo wir nochmal drüber sprechen, ist es doch eine ganz gute Folge. Es ist eine wunderbare, kleine, super Folge, also wirklich. Ja, es ist keine, wo man irgendwie abdriftet, das war schon okay. Hätte man jetzt in irgendeiner Art und Weise am Set mitgewirkt, hätte man, glaube ich, wäre das für einen die Folge, weil das einfach so ulkig ist und so viel Liebe im Detail steckt, dass man das einfach nur mögen kann. Aus kleiner, objektiver Sicht, dadurch, dass wir halt 130 Folgen ungefähr schon besprochen haben, muss man sagen, ja, auf eine Acht ist sie, glaube ich, gut platziert. Gut, ich habe eben gesagt, ja, was? Wir sind schnell durchgekommen, glaube ich, ne? Ja, ja, und obwohl wir ja doch trotzdem auch ganz schön abgewichen sind. Ach, das würden wir niemals tun. Irgendwie erstaunlich. Ich habe ja gesagt, es gab nicht so viel Feedback, ein bisschen was gibt es natürlich schon und das klingelt so. Feedback. Das klingelt so, sehr gut. Tristan Kranich hat geschrieben, liebe eure Podcast und höre mich gerade durch alle Folgen durch. Ich bin Mittelalter-Fan und mag Mittelalter-Rock. Das Lied vom Hilerus von Bärenstein ist eines seiner Lieblinge. Den Song finde ich auch gut, Mittelalter mag ich nicht. Das ist generell so. Schandmaul, Subway to Sally, diese ganzen alten Bands. Subway to Sally, die kenne ich auch noch. Witzig. Die höre ich sehr, sehr gerne, aber ich möchte nicht auf dem Lab oder im MPS oder so sein. Ja. Dann hat die Juliane mir per Instagram geschrieben, alle Wege führen zu uns. Hey Julia, mir ist am Wochenende was aufgefallen. Kleiner Funfact. Ich habe die Löwenzahn-Folge das Brot voller Überraschungen geschaut. Erstmal Flashback für mich. Das ist ja eine unserer allerersten Besprechungen hier. Murmel. Genau, genau. Wo ich heute noch denke, das ist alles, die Folge ist so inhaltlich, gefährlich. Und sie war dann wirklich überrascht, als sie den Bäcker gehört hat. Da dachte sie, Moment mal, die Stimme von dem Bäcker, die kenne ich doch. Und tatsächlich, es ist der gleiche Schauspieler, der auch den Bäcker bei Benjamin Blümchen als Bäcker spricht. Manfred Grote. Das ist natürlich witzig, ob das wieder irgendwie eine Übereinstimmung ist, weiß man nicht. Ich glaube, die Folge mit dem Brot voller Überraschungen war eine relativ späte Peter-Folge, ne? Ja, ärgert mich auch ein bisschen, weil die Benjamin-Folge ist eine meiner Lieblingsfolgen als Bäcker. Wirklich? Da muss ich nochmal, wir müssen die Folge nochmal neu aufnehmen, Julian. Aber wir müssen so tun, als hätten wir wirklich erst vier Löwenzahn-Folgen geschaut. Ja. Ja. Ja, viel mehr habe ich tatsächlich gar nicht. Also auch bei der Folge mit Dean. Auf YouTube hat kaum einer irgendwas kommentiert. Das war jetzt mal sehr, sehr ruhig. Die beste Erfindung, seit es Löwenzahn gäbe, wäre unser Podcast, wurde uns aber geschrieben. Einfach, oh Gott, vielen Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Lass das bitte. Was soll das? Okay. Nächstes Mal wird es wieder sehr viel geben, denn da habe ich jetzt ja einige Fragen untergejubelt heute. Ja, du darfst ja für nächste Woche was aussuchen. Dann ist der Sommer auch offiziell vorbei, also auch von diesen Temperaturen her. Dann haben wir schon den 18. September. Womit bringst du uns denn rein? Haben wir einen Gast? Wir haben viele Leute noch auf der Wunschliste oder hast du einen eigenen Wunsch oder hast du gewürfelt oder willst du würfeln? Wie soll ich dir das denn jetzt erklären? Also, erst mal, du sagst zum 18.9. Und du müsstest gegebenenfalls auf deinen Wunsch dann wieder warten, weil zum 25.9. haben wir ja einen Wunsch von Jan, der wünscht sich, Peter lebt auf großem Fuß aufgrund dessen, dass das sein Geburtstag ist, wenn wir die da besprechen. Das wäre dann übernächste Woche. Dass du sowas aufgeschrieben hast, ein Hoch auf deinen Excel-Listen, wirklich. Ich lebe in Listen, ich kann sonst nicht existieren. Also, mein Hirn ist so ein bisschen, ja, ist alles in Listen aufbewahrt. Aber für nächste Woche, für den 18.9. Also, Julian, das ist ja so. Also, wer ist eigentlich Vicky? Mal kurz gefragt. Wer ist Vicky? Unser Zufallsgenerator. Ja, aber wer ist denn Vicky? Was ist Vicky? Es ist unsere Zufallsgeneratorin. Und das macht ja gar keinen Sinn. Und du weißt, dass Vicky auch Folgen hat, die jetzt, also, wir haben, ich leite das, mega weit aus. Lass dir Zeit. Wir haben 94 Peter-Folgen besprochen. Das bedeutet, die Hälfte in der Wikiliste ist schon, die können wir ja schon skippen. Das macht gar keinen Sinn. Wir mussten es überarbeiten, ja. Und du weißt, hast du sie rausgelöscht, die Doppelung? Ich hab sie rausgelöscht und du weißt, dass ich auch schon seit einer Weile mit Stimmen spiele, die uns eigentlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Und deswegen ist Vicky für die Peter-Folgen ab sofort ersetzt durch diese Stimme. Eure Entscheidung, kenne ich selbst kaum noch. Folge 175, Peter auf zwei Rädern. Das ist nicht die Folge, aber das wird unsere neue Stimme. Ich hab ein paar Textbausteine gebastelt, die jedes Mal random gesetzt werden, bis er Peter Lustig, A-I oder K-I, uns die Folge nennt. Das ist jetzt unser neuer Zufallsgenerator für Peter. Ich hoffe, das ist okay. Wir machen das super gut. Wir machen das wie immer. Wir machen drei Folgen und die dritte ist es dann, okay? Okay. Dann drücke ich mich mal hier durch. Nicht geworden ist es. Absolute Lieblingsfolge. Tante Elli hat sie mir geschenkt. Folge 41, eine Insel im Kornfeld. Viel Spaß damit. Da würde auch Julian nur wieder anfangen zu singen, glaube ich. Was heißt jawohl? Ja, genau, okay. Das wäre 1985 gewesen. Wäre gut gewesen. Okay. Okay. Was es auch nicht wird, ist die hier. Na, wenn ihr das wollt. Also ich feiere die ja sehr. Folge 56, Peter sucht das Wattenmeer. Na dann, viel Erfolg. Ach, die wird es nicht. Okay, gut. Aber die Einleitungen sind nicht so schlecht. Ja, das wäre 1986 gewesen. Also da müssen wir jetzt eigentlich ins 1987er Jahr gehen. Gucken wir mal, ob es so ist. Ich mache, ich aktualisiere dreimal. Aber wir müssen auch sagen, wenn das natürlich eine Folge ist, die ein Gast mit Besprechung sich gewünscht hat, müssen wir die jetzt skippen. Dann ist es so. Oder ich frage den Gast, ob er kann. Aber was ist, wenn nicht? Und dann haben wir kein Veto mehr. wir können aussuchen. Na gut, das wird schon nicht passieren. Okay, gucken wir mal. Julian, nächste Woche von Peter Lustig empfohlen. Schauen, wir folgen eine Folge. Eure Entscheidung ist nichts für schwache Nerven. Folge 154 Peters Schneckenrennen. Uftata wird cringe. Okay, 154. Peters Schneckenrennen aus dem Jahr 2000. Eine Millenniumsfolge. Und da kommen auch auf dem Pressebild hier schon Peter und Paschulke, die sich ein Schneckenrennen mit kleinen Schnecken liefern. Also das kann eine gute Folge sein. Oh, das wird ja Gold. Schön. Das sieht gut aus. Also gut, dass Peter uns das ausgesucht hat. Danke, Peter. Erstmals gelaufen im Kinderkanal übrigens, wie hier noch steht, der heutige Kika. Ja. Ja, hast du sehr, sehr cool gemacht. Dann machen wir das genau so. Und, ähm, ja. Ja. Also wenn du Peter aussuchst, dann kommt es auch nur Peter-Folgen vor, ja? Ja, genau. Also bei Fritz Fuchs, da fragst du dich jetzt natürlich zu Recht, was ist mit Fritz Fuchs? Da, da habe ich auch eine Antwort für dich. Also mein lieber Julian, selbstverständlich gibt es mich auch, aber nun ja 400 Folgen für euren Podcast einsprechen. Das ist auch künstlich generiert viel Arbeit. Gib mir noch etwas Zeit. Bitte ein paar Wochen, okay? Oh, der klingt aber wirklich fantastisch gut. Also der klingt schon, also bei Peter merkt man noch, okay, ein bisschen strokelig, aber klingt auch schon sehr gut nach Peter. Hier hatte ich jetzt für eine ganze Sekunde gedacht, ich weiß nicht, ob es den Hörern auch so geht, dass Guido Hammersfahr das extra eingesprochen hat. Man wird das nie erfahren. Ich finde es schon sehr, 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 sehr gut. Ja, das, dann machen wir das so. Nächste Woche Peters Schneckenrennen. Du hast mich jetzt sprachlos gemacht. Ich verziehe mich jetzt also in Paschulkes Iglu. Da ist es schön kühl. Ja, da kann ich eine Woche überwintern und bin dann nächste Woche wieder da. Gut, ich tausche die Batterien wieder in die falsche Richtung. Der Julian will nicht aufwachen, denn er mag ja sowieso keine Hitze. Guten Schlaf, gute Nacht. So, vielen Dank fürs Hören dieser Podcast-Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne fünf Sterne auf Spotify da. Abonniert den YouTube-Channel hinterm Bauwagen und kommentiert gerne die Folgen. bis nächste Woche zum Schneckenrennen. Und nun abschalten. und dann Ich bin dann